Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren C++ Tutorial. Heute wollen wir uns mal Const und ConstExpression anschauen. Ja, Const hat mir, glaube ich, zumindest schon mal. ConstExpression dürfte, glaube ich, neu sein. Und nichtsdestotrotz, auch mit Const hatten wir noch nicht alles angeschaut, was vielleicht ganz interessant ist. Deswegen, ja, fangen wir mal an. Okay, ein Beispiel. Ich möchte jetzt ein Array erstellen. Und zwar möchte ich das jetzt auf dem Stack erstellen. Das heißt, ich möchte das nicht dynamisch erstellen, sondern schon quasi, dass die Größe zur Compile-Zeit bekannt ist. So wie wir Arrays auch ganz am Anfang kennengelernt haben. Das heißt, ich nenne jetzt mal Sum Array. Und das kriege ich jetzt hier eine Größe. Und die muss, wie gesagt, die muss zur Compile-Zeit bekannt sein. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, okay, das hat die Größe 5. So, jetzt möchte man aber vielleicht auch ein Array erzeugen, was irgendwie, ja, vielleicht aus einer Funktion der Wert kommt. Das heißt, ähm, beziehungsweise, ne, wir wollen jetzt erstmal, wollen wir hier diese 5 auslagern, ja. Das heißt, ja, wir brauchen ja was Konstantes. Deswegen nehmen wir hier Kunst. Nochmal zur Erinnerung. Wir schauen uns Kunst-Konst auch nochmal gleich an. Ähm, ja. Bedeutet einfach, dass wir den Wert der Variablen im Nachhinein nicht ändern können. So. Machen wir jetzt hier mal die Größe. Machen wir mal Size. So. Natürlich braucht ja irgendeinen Wert. Machen wir mal X. Äh, nein. Wir machen das anders. Wir machen hier eine Size T. Und wir machen hier X. Ne, wir machen hier Size. Oh Gott. Okay. Size. Ich sollte mich mal entscheiden, was ich machen möchte. Und, ja, Size gleich 5 können wir machen. Dann kann man das hier auch zuweisen. Und wie wir sehen, kein Problem. Läuft durch, durch den Compiler. Wir haben ja keine Fehler. Aber wir wollen jetzt vielleicht statt 5 doch irgendwie was aus einer Funktion zuweisen. Beispielsweise könnten wir hier sagen, okay, wir wollen jetzt hier gerade mal die, die Wurten. Die müssen wir noch kurz in Size T konvertieren. Machen wir jetzt hier mal mit der alten, äh, C-Syntax. So. Und wir wollen jetzt hier die Wurzel von 5. Das heißt, das wäre 2, irgendwas ungerad. Zu einem Size T konvertiert wäre 2. Aber ihr seht schon, hier funktioniert nicht. Hier steht jetzt, okay, der Ausdruck muss einen konstanten Wert aufweisen. Ja, wir haben ja hier Cons stehen. Das ist ja konstant. Ja, aber es ist nicht zur Compile-Zeit konstant. Das ist tatsächlich das Problem. Denn was wir eigentlich suchen, ist kein Const, sondern eine sogenannte Konst-Expr, also Konst-Expression. Und wenn das hier eine Konst-Expression ist, funktioniert das nur, dann funktioniert das hier nicht. Denn SQRTF muss auch eine Konst-Expression sein, damit das funktioniert. Es ist aber keine Konst-Expression. Okay. Was können wir stattdessen machen? Nun, wir können uns eine eigene Funktion erstellen, die eine Konst-Expression ist. Ähm. Und dafür schreiben wir erstmal ganz nach vorne, Konst-Expr, also Konst-Expression. Und ja, machen dann irgendeine Funktion. Das Problem ist, wir können hier, ähm, also man kann natürlich selbst die Wurzel nachprogrammieren. Mache ich jetzt aber nicht, weil das ist ein bisschen aufwendiger. Deswegen machen wir stattdessen einfach mal das Quadrat. Das ist ein bisschen einfacher, würde ich mal behaupten. So, denn die Sache ist, eine Konst-Expression wird quasi vom Compiler ausgeführt. Normale Funktionen werden zur Laufzeit ausgeführt. Diese Konst-Expression wird aber zur Compile-Zeit ausgeführt. Und deswegen gibt es dort einige, ähm, Limitationen. Wir können zum Beispiel hier keine Ifs schreiben, ohne irgendwelche Probleme. Ähm, da würden wir schon, also wenn wir hier, if x kleiner 0, dann return 0 zum Beispiel. Ähm, das geht seit dem C++17-Standard, glaube ich. Interessanterweise scheint es hier sogar zu funktionieren. Okay, da sind wir hier wohl sogar schon auf dem, äh, 17er-Standard. Zumindest in dem, ähm, Bereich. Naja, allerdings, ja, ihr solltet euch nicht darauf verlassen, dass das hier funktioniert. Ähm, denn noch eben vor dem 17er-Standard war es so, dass das hier nicht zulässig war, eine If-Bedingung. Damals war nur die, ähm, mit dem Fragezeichen-Operator erlaubt. Aber generell ist es auf jeden Fall sehr limitiert. Wir können jetzt auch, wir können auch hier kein SQRTF zum Beispiel aufrufen, weil das ist ja, wie gesagt, ähm, selbst keine Konst-Expression. Deswegen, ähm, gibt es da schon ein Problem. Also das hier wäre jetzt hier nicht zulässig. Okay, ich glaube, das Problem ist hier, dass der Visual Studio mal wieder schlecht eben unterstreichen ist. Okay, wir machen jetzt stattdessen einfach mal ein, äh, Size T von SQR. Und wir geben hier mal den Wert 5 rein. Ja, wir geben lieber den Wert 2 rein. Genau, und dann sehen wir jetzt hier, wir geben zwar eigentlich eine Konst-Expression zurück, aber dadurch, dass wir hier drin nichts Konstantes mehr haben, ähm, ja, gibt das hier jetzt einen Fehler. Wenn wir das mal wieder rausmachen, das war ja hier nur gerade kurz ein Beispiel, dann sehen wir jetzt, funktioniert das auch wieder? Ja, also die Funktion muss einerseits Konst-Expression hier dran stehen haben, sonst geht es nicht, und andererseits muss sie auch, ähm, selbst wirklich konstant sein. Sie darf nichts aufrufen, was keine Konst-Expression ist. Sonst ist der Rückgabewert wiederum keine Konst-Expression, obwohl es da steht. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber gut, so ist es nun mal. Also, wir haben jetzt hier unsere Size und dadurch können wir dir auch zuweisen. Wir können jetzt in dem Fall natürlich auch das Ganze direkt machen, das heißt, wir können statt diesem ganzen Zeug, können wir einfach direkt Square aufrufen, dann packen wir das hier direkt rein. Ist ein bisschen kürzer, ja. Haben wir jetzt halt die Variable gespart. So. Okay, dann, ja, das war es eigentlich schon zu den Konst-Expressions. Das sind einfach Funktionen, also wenn wir eine Funktion damit erstellen, oder beschreiben quasi, dann wird die zur Compile-Zeit ausgeführt. Das ist wichtig zu verstehen, nicht zur Laufzeit. Das heißt, damit kann man auch je nachdem Zeit sparen, indem man halt Berechnungen, die man schon im Voraus während der Compile-Zeit anfangen kann, kann man die dann eben, ja quasi schon vorwegnehmen, ein bisschen Zeit sparen dann in der Laufzeit. Allerdings, ja, wie gesagt, sie sind deutlich einschränkender. Man kann einige Dinge nicht tun. So. Was sind jetzt Konstanten? Wir hatten ja gerade eben eine erstellte Konstante, ist im Endeffekt einfach nur, können wir ja gerade mal eine erstellen, y ist gleich, und da müssen wir es in den In konvertieren, sqrtf, das sind einfach nur, also sqrtf, falls ihr es nicht wisst, das ist die Wurzel von, äh, für Floats. Ja. Okay, ähm, das ist einfach eine Variable, da kann man nur einmal einen Wert zuweisen. Ich kann jetzt natürlich hier hinten dran, deswegen heißt es ja auch Konstante. Hier hinten dran kann ich jetzt nicht sagen, okay, y ist jetzt doch lieber 3. Das ist jetzt hier ein Problem, weil y ist eine Konstante. Okay. Ich hoffe, das hat man, glaube ich, auch schon mal in Variablen, das sollte jetzt eigentlich nicht neu sein. Ja, und da ist mir OBS abgestürzt, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Äh, naja, also ich bin jetzt hier sogar an einem ganz neuen Tag. Egal, wir wollen uns nämlich noch eine kurze Sache anschauen, und zwar, ja, wollen wir uns, äh, ähm, Konstante Zeiger anschauen. Und dafür, ja, möchte ich mal ein kleines Beispiel erstellen. Und zwar erstellen wir erstmal hier oben eine Funktion, und die Idee ist, dass wir damit, ähm, ja, einen Int-Resetten können. Das heißt, wir machen hier irgendwie Void-Reset-Int, so. Wir kriegen jetzt die, ähm, Value als Zeiger rein, so. Und, ja, sagen hier jetzt noch ganz kurz, ja, Value gleich 0. Ja, wir wollen es zurücksetzen, wir wollen den, äh, Integer-Wert zurücksetzen, ganz einfach, so. Int, hier unten machen wir eine Number, ja, sagen wir jetzt mal, glaube ich, ist gleich 5. So, jetzt sagen wir Reset-Int, geben dem Ganzen natürlich die Adresse von unserer Number. Ja, und dann können wir das natürlich noch ausgeben, um, damit wir sehen, dass es auch schön geklappt hat. So, ein Endline hinten dran, damit es, äh, noch schön formatiert ist. Ähm, hier muss natürlich die Adresse übergeben werden, so. Genau, okay, perfekt. Dann starten wir es mal. Ja, und wir sehen 5. Ja, wahrscheinlich ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Ähm, ja, ihr könnt gerne mal mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es schon gesehen habt. Ja, auf jeden Fall fehlt hier natürlich unser Sternchen, denn wir tun ja den, ähm, dieser Null nicht dem Wert zu weisen, auf den der Zeiger zeigt, sondern tatsächlich dem Zeiger selbst. Das heißt, wir haben hier jetzt effektiv einen Nullpointer. Aber das macht natürlich hier unten nichts, dadurch, dass wir den, ähm, Zeiger ja als Value quasi bekommen. Das heißt, wenn wir in unserer Funktion diesen Zeiger anders rumbiegen, dann macht es außerhalb natürlich nichts. Wenn wir das machen wollten, dann bräuchten wir theoretisch einen Doppelzeiger. Aber, ja, darum soll es jetzt nicht gehen. Wir wollen es eher schauen, äh, ja, ich kann es auch ganz kurz demonstrieren. Also, ich mache jetzt dieses Sternchen davor. Dann funktioniert es auch genauso, wie wir es haben wollen. Ähm, wenn ich den nochmal kurz umstelle. So, jetzt soll es aber gehen. Wie gesagt, ihr müsst da nichts umstellen. Das ist nur, weil Wischel-Stadion manchmal scheiße ist. Naja, ähm, ja, man sieht immer, es hat auch natürlich geklappt, so wie wir es wollten. Aber das ist natürlich ein Bug. Da könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, das kann einem manchmal schon echt viel Zeit rauben, sowas zu finden, dass da so ein blödes Sternchen fehlt. Man sieht es dann auch, wenn wir mal kurz drüber schauen, sieht man das oft auch nicht direkt. Und dann, ja, kann man wirklich schon viel Zeit im Debugger verbringen, um dann irgendwann auf diesen Fehler zu kommen. Äh, naja, gerade auch, weil es ja außerhalb der Funktion wird der Zeiger eben nicht umgestellt. Das heißt, man merkt dann wirklich so ziemlich gar nichts davon. Außer natürlich, dass der Wert, also hier unser Integer, ja nicht wirklich umgestellt wurde. Was man aber eigentlich vielleicht vermuten würde. Ja. So, was können wir jetzt machen, indem wir das verhindern? Ähm, ja, wir können das Ganze konstant machen. Und tatsächlich, bei einem Zeiger haben wir quasi zwei Möglichkeiten, wo wir einen Konst hinschreiben können. Einerseits hier vorne dran. Jetzt bedeutet das Ganze allerdings, dass wir einen Zeiger auf einen konstanten Wert haben. Das heißt, mit anderen Worten, jetzt können wir dieser Value nichts mehr zuweisen. Weil wir haben ja jetzt einen Zeiger auf eine Konstante. Das ist in dem Fall natürlich genau das, was wir nicht haben wollen. Aber das gibt es natürlich auch. Wollte ich auch nochmal kurz zeigen. In dem Fall können wir zwar den Zeiger ändern, allerdings nicht den Wert, auf den er zeigt. Das würde ich sagen, nutzt man aber eher selten. Also, ja, wobei, so was nutzt man gern, wenn man Chars, also wenn man C-Strings quasi hat. Da hat man das so, konstchar. Weil, ähm, das ist, wenn wir das nur lesen, auf den Char zugreifen wollen. Weil dann wollen wir den Zeiger quasi einmal durchlaufen lassen über den String. Aber wir wollen vielleicht den String an sich nicht verändern, sondern nur lesen. Deswegen sieht man manchmal das Ganze als Konstchar. Aber ansonsten hat man Konst eigentlich eher selten bei so einem Zeiger. Interessanter ist es, wenn man es hinten dran macht, also quasi zwischen den eigentlichen Wert und unseren Namen des Zeigers. Genau. Denn was das jetzt macht, ist, dass wir sagen, okay, wir dürfen diesem Zeiger nichts Neues zuweisen. Und das ist tatsächlich das, was wir die meiste Zeit auch so haben wollen. Denn in der Regel wollen wir ja tatsächlich eigentlich den Wert, auf den der Zeiger zeigt, ändern und nicht den Zeiger selbst. Wie gesagt, macht in der Funktion eher selten Sinn, dadurch, dass wir ja nur den Zeiger in der Funktion ändern und nicht außen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wenn man das eigentlich braucht, ist, ja, wenn man irgendwie durch ein Array zum Beispiel durchiterieren möchte. Das heißt, man nimmt den Zeiger und addiert halt dann immer drauf. Dann ist es nützlich, wenn man auch den Zeiger verändern kann in der Funktion. Aber wenn ihr das nicht braucht und einfach nur auf den Wert zugreift, würde ich euch eigentlich immer empfehlen, das Kunst dazu zu schreiben. Denn dann, wenn dieses Sternchen fehlt, das kann ja durchaus mal passieren, haben wir hier gleich einen Compiler-Error. Und dann schaut man vielleicht noch mal genauer hin, okay, woran liegt das jetzt? Und dann merkt man auch relativ schnell, ja, eigentlich ist es ja richtig, du musst ja den Zeiger nicht ändern. Ah ja, stimmt, ich muss natürlich hier das Sternchen davor schreiben, damit ich hier auch auf den eigentlichen Wert zugreifen kann. Genau, das ist halt eigentlich ein Trick, wie wir den Compiler dazu bringen können, uns beim Programmieren zu helfen und, ja, quasi schon Bugs erkennen können, bevor sie überhaupt wirklich im Programm auftreten. Ja, weil es einfach schon einen Compile-Zeitfehler gibt. Genau, aus diesem Grund, ich kann es wirklich empfehlen, eben gerne mal einen Const-Zeiger zu verwenden, wie gesagt, zwischen quasi Zeiger und Name. Und, ja, einzige Ausnahme, wie gesagt, ist halt, wenn ihr wirklich mit dem Zeiger was machen müsst in der Funktion, beispielsweise eben, wenn ihr irgendwo drüber iterieren müsst über ein Array und ihr dafür den Zeiger verwendet, dann solltet ihr das Const eher weglassen. Aber ansonsten, ja, kann es wirklich hilfreich sein. Ich hoffe, ich konnte es halt nicht verdeutlichen, dass entsprechende Fehler tatsächlich sehr schnell auftreten können. und das einem durchaus wertvolle Zeit sparen kann. Genau. Dann wär's das aber auch für diesen Part. Ich bedanke mich dafür, dass du dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Part und ciao. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020